Quick Tutorial. Heute der Americano. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr schnell und einfach einen Americano mit eurer Siebträngermaschine zubereitet. Der Americano, oder auch als Long Black bezeichnet, ist oft einer meiner Begleiter am Morgen, weil er einen richtig schön aufwärmt. Ursprünglich stammt er aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Als die Americaner den Espresso in Italien probierten, war ihnen dieser viel zu stark, weshalb sie ihn im Nachhinein mit Wasser verdünnten und er so den Namen Americano erhielt. Die übliche Herstellung, in dem zuerst Wasser und danach darüber der Espresso bezogen wird, bezeichnet man aber eigentlich als Long Black. Der einzige Unterschied zum klassischen Americano liegt in seiner optischen Natur, in der Crema. Weshalb ich vermuten würde, dass sich der Begriff bei uns so durchgesetzt hat, weil der Americano mit Crema einfach schicker aussieht. Für einen Long Black aka Americano benutze ich ein Prüfverhältnis von 1 zu 3. Ein Teil Espresso und drei Teile Wasser. Ich befülle meine Tasse mit 120ml heißem Wasser. Hier würde ich euch für den besseren Geschmack empfehlen, einen separaten Wasserkocher zu benutzen. Die Temperatur vom Wasser sollte in etwa 93 Grad betragen, um den Espresso nicht zu verbrennen. Wer keine Temperaturanzeige an seinem Wasserkocher hat, kann das gekochte Wasser auch kurz ungefähr 1-2 Minuten stehen lassen. Jetzt bereite ich ganz normal meinen doppelten Espresso vor. Und lasse ihn dann über das Wasser in die Tasse laufen. Und hier seht ihr, wie die Crema mit Tiger Mousseau entsteht. Und fertig ist das Getränk. Was geschmacklich eine Alternative zu einem Filterkaffee sein kann, wenn man keine Filterkaffee-Methode zu Hause besitzt. Zum frühen Abend trinke ich auch gerne einen kleinen Americano. Wenn nur einen kleinen Americano zubereiten möchte, befüllt die Tasse oder das Glas dementsprechend mit weniger Wasser, bei mir mit 60 Milliliter und bezieht einen einfachen Espresso darüber. Da ich kein Fan von einer Sieben bin, benutze ich meinen Doppelauslauf und die Freundin kriegt den anderen. Alternativ kann man natürlich auch zuerst den Espresso in die Tasse beziehen und danach die Tasse mit Wasser befüllen. Dann hat man natürlich die schicke Crema nicht. Gib mir ein Like, wenn dir das Video gefallen hat und abonnier gerne den Kanal. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.